Weiter geht's. Oh, ich glaube, hier kriegen wir jetzt auch immer die nächste Pistole. Vielleicht sogar jetzt schon? Noch nicht, aber einen neuen Koffer. 50.000. Ja, die hab ich ja locker mal. Ah, so, ja. Oh. Oh, ja. Was gibt's noch? Oh, jetzt gibt's hier. Ja, sehr schön. Äh, die level ich jetzt mal nicht auf, weil ich meine, da kommt noch eine bessere. Bei der Shotgun bin ich mir grad auch nicht sicher. Hm. Wann hab ich gespeichert? Oh, das kann ich jetzt gar nicht sehen. Jetzt bin ich mir nämlich nicht mehr so sicher, ob das mit dem Koffer so gut war. Aber ich glaube, irgendwann braucht... Wär's eh nicht schlecht, den zu haben. Ähm. Es fehlt eigentlich nur noch Fisch. Ich glaube, die anderen Sachen kann ich auch verkaufen. Ich freu'n schon mal weiter. So. Ich... Hm. Ich weiß echt nicht, ob wir noch mal eine andere Sniper-Rifle kriegen. Ich glaube nicht. Hier war auch so ein Labyrinth-Ding, oder? Ja. Da. Aber da haben wir die Kugel auch nicht für. Wenn noch eine bessere Shotgun kommt, kann ich die andere ja verkaufen. Oh, ja, okay. Dann, äh, bis nächstes Mal. Ja, außerdem will ich noch mehr Schaden bei der Magnum haben. Und hier will ich auch noch mehr Schaden haben. Da bin ich mir jetzt halt echt nicht sicher. Ah, komm, die hat 99.000. So, was kann ich denn noch so an Patronen machen? Ich warte erst mal ab. Ich glaube, wir brauchen auch irgendwann nochmal wieder Sniper-Rifle-Ammor. So mache ich jetzt mal welche. Könnte ich das auch mit dem Messer machen? Ja. Ist gut. Nein. So geht das ja nicht. So geht das ja nicht. So geht das ja nicht. So. So. So geht das. Wie ist denn da hier? Ja. Ne. So. Ja. Wie ist denn da hier? Oh, hier gab's doch irgendwo so'n... Ah, die sind genau da. Ich glaub, den kriegen wir jetzt noch nicht, aber dann liegt er da schon mal. Oh, hier sind wir. Ah, okay, das ist schon in. Gut, gut, gut. Power generator. Nanotags LS Sub 8367. Sehr wichtig. Hm, noch mehr Geld. Ah, hier musste man noch irgendwie so'n Zeug schmelzen. Ah, hier haben wir wirklich nichts. Looks like something could fit in the depression. Hier. Locked from the other side. Hallo? Mist. Kann man das denn vergessen? Hier bald hab ich doch keine Patronen mehr. Ich hatte vorhin doch noch so viele Pistolen, Patronen. Ich kann bestimmt noch jede Menge... Nee, ich kann doch nicht jede Menge nachmachen. Lockpick. Uh! Holy shit! Holy shit! ... ... Hello Quards. Okay, das gibt... ...viele. Gunpowder. Gut, aber wenn ich die Wahl habe, mache ich lieber noch mehr Shotgun-Mmo. Und nochmal so eine. Looks like there's not enough power. Oh, also an das hier erinnere ich mich noch. Sehr genau. Du nicht auch? Hm. Relief mode. Ja, das ist das. Ja, das ist das. Äh, da bin ich aber nicht. Ich bin hier. Treffen wäre nicht schlecht. Oh, jetzt hält er das Ding davor. Na, wir hält ihn ja aus. Ich dachte irgendwie, dass man da noch einmal drauf schießt. Ah, ich häng am Tisch fest. Hallo? Endlich vorbei jetzt? Immer noch nicht. Ja. Ach so. Tschinng. wo ich tatsächlich mal Pistolen Patronen wieder muss das nicht sauheiß sein naja ja 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 da fehlen Schlüssel voll der super Zahnarzt ey Ahhhh. Hallo? Was war also? Hm. Ah. Gott, muss man da alle fünf treffen? Vielleicht hätte ich die noch nicht mal sofort kaputt machen sollen, weil ich glaube die Dinger haben auch den Gegnern geschadet, wenn die da durchgelaufen sind. Naja, was soll's. Hier. hey. Toll wissen Sie. sie 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 Ja, geht da mal durch. Hierher. Sehr schön. Oh, bisschen Handgun immer wieder, Dankeschön. Oh, fuck. Gut. Hm, warum ist es hier noch rot? Was habe ich hier verpasst? Könnte natürlich wieder irgendwo so ein Glitzerding sein. Oh, das sehe ich doch nie im Leben. Ich will zumindest einmal kurz gucken, ob es irgendwas offensichtliches ist. Das ich übersehen habe, aber ich sehe jetzt so nichts. Dann ist vielleicht doch irgend so ein Glitzerteil. Ein Kristall oder sowas. Da ist was. Ah. Ne, das sind die Flashbangs. Das ist das Explosive Ding. Gut. Ja, jetzt ist es auch blau. ... 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 Er hat hier voll die kranken Experimente durchgeführt. Ich glaube, so ein Foto hat man auch in dieser Hütte gefunden, wo die Zahlen an der Wand waren. Cog Mode? Ja, das ist doch super. So, dann können wir da ja jetzt, äh... Okay, hier ist noch irgendwas. Oh, Gunpowder. Factory Map. Okay. Okay, okay. Wo muss ich denn jetzt... Hallo, Karte? Zur Foundry muss ich eigentlich nur geradeaus. Oh... Bitte wacht nicht auf. 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 Kommt er hier hin? Okay, das heißt wohl, ja... Boah. Hi. Oh, hier hält aber schon ganz schön was aus. Vor allem, wenn ich nicht treffe. Oh... Oh... Gut, dass ich noch so viel zum Eilen habe. Klasse. Man, das lässt sich doch nochmal treffen. Du dummer... Nee, so wird das nix. Ich muss nochmal... ...n bisschen besser stehen danach. Ja, genau. Oh... Wie zu viel hält nie aus. Oh, ich habe eine große Kog. Nice. Now... Where do I use my large Kog? Oh... Äh... Klingeling und herbeirollende Gegner wollte ich aber eigentlich nicht. Wie jetzt Disappointment? Ich schnetze grad deine ganzen Kinder weg. Oh oh. Oh, das wird's aber gar nicht mal so gut. Weil er mich noch gar nicht gesehen hat. Sie hat mich... ... 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 Das war bestimmt nicht cool, aber da kann ich auch nichts für. Hallo... Was ist, wenn ich das hier mache? ... ... ... ... ... ich dachte ich werde weiter weg Oh, das ist ja vielleicht ein bisschen schmerzhaft, würde ich sagen. Oh, ich bin noch überragend im Bereich. Uah! Scheiße. Also. Was nichts Gutes bedeuten kann, ja. Ich habe einen Trank aufgemacht. Bitte kein Blue Screen. So, wenn wir die Munition übrig haben, wäre es auch gar nicht verkehrt, die alle zu killen, weil diese Crystal Hearts kann man natürlich wieder schön verkaufen. Andererseits sollte es ja schon das Prinzip auf Hardcore sein, nur so viel zu killen, wie irgendwie nötig. Mal gucken. Munitionstechnisch sind wir eigentlich noch sehr gut aufgestellt. Okay, hier habe ich jetzt alles aufgesammelt. Hier lief ja nämlich noch einer rum. Wenn ich den wegballern kann, um das schöne Herz zu kriegen. Hallo! Oh. Dafür müsste ich natürlich auch treffen. Oh. Bleib schon mal an. Ich werde mir auch mal irgendwelchen doofen Ecken hängen, wenn ich da drauf, auf den ich zu gehen möchte. Ich habe mich doch... Ich bleib hier an. Wieso bleib da an diesen Ecken hängen? Wo ist der Gegner jetzt hin? Da. Da. Laum. Wie trifft das gerade? Oh. Wo ist der hin? Oh. Wo ist der hin? Nein, klar ist... Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hinkeолог? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Aber ich glaube, warum ist er? Wo ist jetzt eigentlich hin? Hier oben? Vielleicht? Haa Ah Ey, die halten aber auch was aus Gut Oh, Explosive Rounds Wie schön Was haben wir denn jetzt? Wie komme ich da hin? Müsste ich So gehen Okay Oh, dass mich hier rein Hier sind wieder ganz viele Ach, ach so, los, los Geh, geh, geh Tschüss Oh ja Das ist auch nicht schlecht Uah Auf sind Ist das durchschießen? Geht so aus Gut, gut, gut So So, ich wollte hier nach rechts Na ja, da geht's nicht durch Hallo? Ist hier jemand? Ist hier noch was Schönes? Ne, geht's nur im Kreis Ähm Hier Hier Ah ja, da Ah, toll Komm ich ja gar nicht hin, wie soll das denn? Wie komm ich denn dann da hin? Boah Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh, ähm Hallo? So Find ich aber nicht cool Finde ich aber nicht cool Was mach ich denn mit dem? Ist doch bloß der halt aufm Rücken irgendein Teil Erstmal Ah Da hin Dann gucken wir mal Ja Tatsächlich Ah Geht das nochmal an? Lädt sich das auf? Kassel Kassel Oh, ist jetzt wieder aufgeladen Guck mal her So Das ist doch nicht Ah, na toll Das sieht so aus Als würde es wieder funktionieren Wir gehen gar nicht schnell genug auf der anderen Seite Oder auch doch Geht das sah Interessant aus Warum auch immer das genau da so angehalten hat Habe ich irgendwie was anderes bekommen als vorher Ah Large Crystal Mechanical Heart Weil ich das das erste Mal bekommen habe wahrscheinlich Geht das jetzt an? Zwei Cool an Cool pausiert Okay Noch mal ein schöner Schrank Noch mal ein schöner Schrank Ähm Ähm Wie dahin komme Ja Da würde ich jetzt nochmal eben nachschauen gehen Durch Musste man das Dafür sorgen, dass irgend so ein Typ das kaputt macht? Vielleicht Vielleicht kommt das später noch Aber hier komme ich ja auch nicht durch Da liegt Magnum Munition und Geld Und noch mehr Geld Und noch mehr Geld Also ich glaube die Gegner haben manchmal mit ihrem Bohrer solche Gitter zerstört Könnte schon sein, dass ich da irgendwie Einen Gegner hätte benutzen müssen Kann ich hier hochklettern? Ne Ja, da bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher Ich meine, dass ich da schon mal war Aber ich habe leider vergessen Ich glaube dann gehe ich jetzt wieder nach oben Gut, dann gehe ich jetzt wieder nach oben Wenn ich noch irgendwo was, wo vorher der Strom fehlte Irgendein anderer Knopf noch Was ist denn hier eigentlich? Ich glaube ich gehe lieber nochmal speichern Ich weiß nicht, wann der nächste Autosave kommt Tag Tag Zack, zack, zack Oh Looks like something used to be attached to it Ja, aber bestimmt nicht diese Ne, habe ich noch nicht Zum kombinieren Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor Aber ich weiß gar nicht mehr, womit man das kombinierte So, was gibt es hier? Noch mehr Geld Noch mehr Geld Oh nein Wow Holy shit Hallo hier bin ich Oh Oh, das war doch kein Oh, ging ja noch Ja, ich häng irgendwo fest Ja, ich häng irgendwo fest So sieht aus, als wäre der fast hin Vielleicht Bleib ich jetzt die Pistole Oh, ich... Mal aufhören will An der Wand zu Hänger Nein Ja, ich häng irgendwo fest Um, ich habe dann Hallo? Guck doch, keine Haut auf. Oh Gott. Nicht der schon wieder? Ich hab's vergessen, dass der hier kommt. Auf, 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 auf! Ich werde ja alles einsammeln. Ja, jetzt sind wir auf der nächsten Ebene. Das sieht immer noch so unglaublich saukool aus. Das gibt's nicht, ey. Oh. Ja, was haben wir denn jetzt? Gibt's jetzt die neue Waffe? Oder? Nö. Oder? Ist das die? Nee. Da müsste ich jetzt, glaub ich, tatsächlich mal nachgucken, was die Bonuswaffen waren und was nicht. Moment. Und hier mit Weapons. Weapons. Also. V61. V61. Okay, die ist nochmal. Once you reach Heisenbergs Factory, Duke will have the V61 Custom for sale in his shop. Once you reach Heisenbergs Factory, stimmt ja gar nicht so ganz. Wir sind ja schon da. Aber jetzt hat er die. Ähm. Was hat er hier noch? SYG 12. Once you reach Heisenbergs Factory, Duke will have the SYG 12 for sale in his shop. Okay, das heißt, die beiden sind keine Bonuswaffen. Die könnte ich kaufen. Securing Goods is more important than anything. Muss ich natürlich nur die anderen Sachen vorher verkaufen. Have a wonderful adventure. Ja, darf ich? Shall I choose something for you? Nein, ich will mal gucken. Ähm. Wie fängt an mit Power 200? Und unsere jetzige hat... Hat jetzt 180 auf Level 3. Okay, ich würde sagen, das lohnt sich schonmal. Shotgun hat jetzt 1200. Und fängt an mit 1100. Okay, ja, das lohnt sich beides, würde ich sagen. Ja, dann werde ich die halt verkaufen müssen, die ich jetzt habe. Oh, die gibt aber auch ordentlich Geld. Einmal die. Und die. Ich habe ja gerade gespeichert. Ich gucke jetzt mal. Ja, und dann hätte ich jetzt gerne... Wo ist er denn jetzt? Genau, die Shotgun, die neue. Und die neue Handgun. Danke sehr. So und so. Okay. Hm. Ich glaube, die kann ich jetzt auch verkaufen. Hm. Mhm. Ja, jetzt könnte ich natürlich wieder noch jede Menge Geld gebrauchen. Aber ich glaube, wir kriegen auch noch jede. Und ich habe jetzt nochmal woanders gespeichert, falls die Pistole zum Beispiel doch kacke ist. Das ist ja... Ah, das ist ja auch ein Maschinenpistole. Hm. Ich meine aber, dass wir die damals auch gekauft haben. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Mhm. Oh, nur noch 10 Minuten. Gucken, ob da noch ein Autosave kommt. Ein paar mehr Patronen wären jetzt mal wieder schön. Mal gut Geld nehmen hier auch. Okay. Miranda denkt also sie nur nir access beidät. Oh, sie braucht keine Eltern. Oh, sie ne trolling nur Bruce. Nein. Sie hat lange verloren, keine Menschheit. Sie hat lange verloren. Ich muss sie zerstören. Ich geh nicht so, dass ihr Drama của deine Familie ist. Hm. Ich meine, hier gab es ja irgendwo Kristalle an den Wänden. Aus dem stehen hier glaube ich normale Gegner und Minen so ein bisschen vor sich hin. Ja, zum Beispiel der. Okay. Fand ich ganz nett bisher. Wenn man mal davon absieht, dass ich keine Patronen mehr habe. Oh, Pipebaum. So, von allem was. Heißt das, ich könnte hier was kaputt machen? Ich habe vier Stück. Ich probiere es jetzt mal. Tja. Na gut. Dann nicht. Das wäre glaube ich auch mit einem Messer möglich gewesen. Genau. Das wäre vielleicht nicht schlecht mit der Pipebaum, wenn die jetzt alle kommen. Wir müssen gucken. Oh. Oh. Der Messer nur. Was ist das? Hmm Lockpick Large crystal Gerne Crystal fragment Ah, gut, das war alles hier Sehr schön Oh Oh Holy shit Okay, das hat sich gelohnt Aber sowas von Ich gehe jetzt nicht auch nochmal zurück? Oh nein, okay, an das erinnere ich mich Ah, jetzt gab es auch gerade ein Autosave Aber ich habe noch sechs Minuten ungefähr, dann gucke ich doch nochmal eben, ob ich zurücklaufen kann Mich interessiert jetzt nämlich, wie viel Geld ich für die Sachen kriege, die ich gerade noch bekommen habe Ich glaube ich davon noch irgendwas upgraden kann, vor allem den Schaden So, Juki So, Juki Okay Könnte natürlich sein, dass wir nächstes Mal dann Village durchbekommen Oh Ein bisschen kommt hier noch Ey, aufwachen Oh Oh, 53.000 nochmal Hm Boah Boah, da kann ich hier gar nichts für machen Scheiße Ist sonst auch was, was ich verkaufen kann? Nicht wirklich, ich meine die Flashbang nutze ich nicht wirklich, aber die geben auch nicht viel Tja, na gut Das ist alles ein Investition Mhm Guten Tag dann Okay Dann war es das für heute Uh, was habe ich denn hier bekommen? War es das? Na gut, dann darf ich es halt nicht angucken Oh, das Bild hat sich hier auch geändert Hm Na gut, dann bis nächste Woche Und gute Nacht